Du suchst einen guten Kopfhörer ohne Kabel zu einem günstigen Preis? Dann bist du genau richtig beim ASTEM Kopfhörer. Herzlich willkommen zu meiner Präsentation dieses recht beeindruckenden Kopfhörers. Was ist beeindruckt? Klar, ich habe hier kein Beats Audio Kopfhörer vorliegen, aber nein, er kostet auch ganz wenig kleines Geld. Für ungefähr 45 Euro bekommt ihr diesen Kopfhörer. Er ist, wie gesagt, kein High End Produkt, wie beispielsweise die Beats Audio Kopfhörer. Aber ich denke, das wird der Kopfhörer auch gar nicht sein. Für das Geld bekommt ihr wirklich einen sehr gut klingenden und wichtig kabellosen Kopfhörer. Sicher bekommt man für das Geld auch Kopfhörer mit einem Kabel, natürlich. Aber dieser Kopfhörer ist kabellos, leicht zu bedienen, optimal bei Aktivitäten wie Bügeln. Habe ich ihn sehr lange getestet, glaubt mir. Nein, also ihr bekommt einen Kopfhörer, der vielleicht optisch nicht das absolute Highlight ist. Auch vom Material ist er vielleicht nicht die super super mega Burner Kopfhörer Fraktion, aber im Klang haut er euch wirklich um. Was genau macht diesen Kopfhörer so besonders? Zum einen die extrem große Ohrmuschel. Die ermöglicht euch richtig schöne, tiefe Bässe. Also wer Bässe mag, ist mit diesem Kopfhörer wirklich gut beraten. Zudem die Reichweite. Also ich habe das hier im Haus getestet. Mein Haus ist jetzt kein Schloss oder so, aber 9 Meter habe ich ihn getestet mit einer Tür bzw. Wand dazwischen und die Musik war noch 1a zu hören. Also auch die Reichweite dank neuem Bluetooth Standard ist wirklich grandios. Und naja, sagen wir mal ehrlich, wer möchte schon immer mit dem Telefon oder Device rumlaufen, sondern wäre natürlich toll, wenn du dich fast nah zum kompletten Haus, äh Wohnung, dich bewegen kannst und immer guten Sound auf den Ohren hast. Ich habe zwar einen recht kleinen Kopf, obwohl manche Leute sagen, ich bin ein Dickkopf, ähm, kann es natürlich sein, dass der Kopfhörer bei manchen mit sehr großem Kopf eventuell zu klein ist. Bei mir passt der wirklich perfekt. Er ist super kompakt, wenn er erstmal zusammengeklappt ist. Ein nächster großer Vorteil sind die Tasten an den Seiten. Die Tasten könnt ihr auch erfühlen. Das heißt, ihr müsst natürlich, es geht ja nicht, ähm, jedes Mal nachschauen, wo die Tasten sind. Nein, ihr könnt diese erfühlen und dann die Lautstärke ändern, den Track ändern, Power und so weiter und so weiter. Konnektivität. Dem Kopfhörer liegen Kabel bei. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Moment, wieso denn ein Kabel bei einem kabellosen Kopfhörer? Ganz einfach, ihr könnt zum Beispiel diesen schönen Kopfhörer mit dem Controller der Playstation verbinden. So könnt ihr mit dem Kabel dann den Sound der Playstation wiedergeben. Ohne aufstehen zu müssen oder ähnliches. Ihr habt den Sound des Controllers der Playstation auf den Ohren. Geladen wird dieser Kopfhörer bei Micro-USB. Das bedeutet, ihr könnt eigentlich jedes handelsübliche Smartphone-Ladegerät, außer wenn es natürlich Apple ist, benutzen und diesen Kopfhörer damit unproblematisch laden. Die Ladezeit beläuft sich auf circa ein bis zwei Stunden und die Betriebszeit, naja, die ist wahrscheinlich etwas übertrieben vom Hersteller, ist ähnlich wie beim Spritverbrauch. Ich denke mal, diese aktive Nutzungszeit beläuft sich zwischen drei und vier Stunden. Aber, naja, ich höre auch nicht leise. Das muss man natürlich auch eingestehen. Bei verringerter Lautstärke wahrscheinlich eine längere Laufzeit. Also Laufzeit ist wirklich human, der Klang ist human und vor allem der Preis. Nicht vergessen, also für knapp über 45 Euro bekommt ihr einen kabellosen Kopfhörer mit einem super Sound und einem richtig schönen, tiefen Bass. Ich hoffe, meine Bewertung dieses Kopfhörers konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Habt ihr Fragen, dann stehe ich euch gerne zur Verfügung. Und ja, was auch immer, jetzt haue ich mir das Ding wieder auf die Ohren und dann geht das mal richtig auf die Luzi, nicht? Alles klar, ich danke euch. Über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen. Aber ihr kennt die ganzen Spielchen. Macht's gut, habt Spaß und knallt euch was richtig auf die Ohren. Bye, bye!